Und, Pilot, sprechen Sie jetzt? Was halten Sie für diesen Tag heute? Ja, nein, nicht so gut, weil da kommt die Füße, die wir knallen. Ja, warum? Und warum hat der Wettergott so ein Wetter bestellt heute, wenn wir heute fliegen wollten? Ja, Wetterkanal und Software, die links sind. Was haben Sie denn für einen Wetterkanal? Was schauen Sie denn da immer? Tirol heute, oder? Tirol heute. Und was sagt der Erhard Berger immer? Der Erhard Berger. Ja, was sagen Sie zum Erhard Berger und seinen Meldungen? Ja, der Wetterfrosch, der immer zurück ist, wird immer regnen. Okay, das werden wir dem Erhard Berger übermitteln. Und haben Sie Verbesserungsvorschläge für den Erhard Berger? Ja, ich sage mal, ich nenne ihn später und er soll auch mal was regnen. Das wird jetzt schon mal irgendjemand. Das ist das letzte Woche auch in Erhard Berger. Ja, genau.